die guten alten Zombie-Song er bringt man schon mal das Pupan, darf dahin nur der Pupan kein Tank Feinde sind der Bore! Level Up Bitch So muss es laufen Das sieht man auch schon wieder Hey, Bruder Was hast du gewählt hast? Also man muss doch immer prestig auswählen Ob man mehr Schaden kassiert oder so irgendetwas für mehr Erfahrungspunkt Erfahrungspunkt, was hast du nur ausgewählt? So, man muss irgendwo auswählen, dann kriegst du 200.000 Erfahrungspunkte mehr Ja, das war mein Gesunden, also zwei meiner Kumpel, die praktisch sind, die meintens, muss man irgendwo machen Wenn ich jetzt nicht wohl, aber du musst andere Sachen suchen Weil dadurch kriegst du 100.000 EP mehr, dadurch Level zu dann voll Fett Soll ich die Bore jetzt platziert? Jo, klar Erst am Anfang, als kannst du immer gemacht Das war so krass Scharfschütze, ah ok Soll ich mir das Naipa holen, ja ne? Okay Ja, ich weiß doch, die Schallgedämpfte Wollt euch mal auch eine Ja, moin Sen, geht da ohne Zombie Be happy Faggen Das muss ich mir so gut beperren, dass wir vor allem schickern. Brüßgub die ganze Zeit schon ein solches Munition jetzt als Abwender und Ausformen er war kurz ich gehe mal sofort platzieren Sonnzeit geht es auch einfach mit der Luft M die müssen in der Luft sein ja das ist einfach immer wenn die los springen, schießen die halt trotzdem haben wir das jetzt mal angehen wieso springen die nicht man aber wieso springen die nicht, springt das besser wird jedes Mal geschafft man ja, aber ich bin weiter weg von dem Ja, dann springen die ja erst. Ey, ich krieg die nicht. Was ist das? Okay, gut. Was schaffen wir? Ja, knapp auf jeden Fall. Ja, ich bin down, YOLO. Alter. Danke. Steh auf! Nein! Rektor 1, anscheinend ist für das nächste Netzunterstützung nötig. Sieht nach heftigem Widerstand aus. Minigun online! Echt schöne Minigun. Schon echt ein schönes Kipno-Messer. Ich hab' einen Taktik-Einstieg. Ich muss auch wie Skorpion schmeißen. Bringt's mal. Bringt's mal. Nein, die... Ich hab' schon Panzerbrechen. Frödinger war schon immer so, dass man eine Schwierigkeit anbietet. Ich hab' einen Taktik-Einstieg. 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 Ich hatte die Barrikade gestern in 20 Sekunden durch. Ja, hab' ihn auch einmal gefangen. hat auch Panzerfaust und Zuzufa und alles dabei ich habe keine Muni Stop your left! Stop your left! Okay. z kreischen stechen hier kreis kreis Keine Flügel mehr. Keine Flügel mehr. Keine Flügel mehr. Keine Flügel mehr. Hey, komm mal zu mir. Hier liegt ein Taktik-Einstieg. Komm mal zu mir. Hier sind ein Taktik-Einstieg. Hier sind es Taktik-Einstieg. Taktik-Einstieg ist fast wie Affe schon aber wer noch kein Hatter soll man hierher kommen Taktik-Einstieg ist ganz gut also lass mich ihn holen ich hab Sanitäter Taktik-Einstieg ist ganz gut Luftham bekommen Alla wie viele was war ich die Herausforderung von dem Ding hier aber keine Sachen einsetzen so geschützt und so nicht einsetzen Taktik-Einstiegt zwei Taktik-Einstieg Möckel Taktik-Einstieg Taktik-Einstieg aber braucht halt können wir können da war seit dem Mündungsbremse findet oder halten und kack halt was für die Waffe gut ist und zu tun mehrheit ich habe schon wie sie das hätte ich brauche noch so ein Rückschluss oder schnellfeuer in die Waffe oder der Hauptstadt er und nichts mehr alle ich habe kein mp ich habe ein mp will zu alle geht man mir dann einfach nur weg und lassen wir mal die gilt mit dem mp er hat einen text da noch ein taktik einzig legen dann kannst du die alle wegschießen die Das war's. Ja, ich habe noch sechs Pils. Der Schützaktiv! Der Schützaktiv! Komm noch ein Kill mit MP schnell! Der Schützaktiv! Hey, hier liegt noch ein Taktikeinstieg! Der Schützaktiv! 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 Ich bin dauernd wieder! Ja, ich sterbe bevor ich ihn holen kann! Oder? Ne, geschafft! Ich bin dauernder! Der Schützaktiv! So geschützt macht deine Arbeit. So geschützt macht deine Arbeit. Das war's für heute. Level Up! Ah, müssen wir es kaputt machen? All das Nest! Ey, hab die Propan-Gas geholt? Nö. Hier sein, das nehmen wir hin, sonst ist mein... Das wird so lange dauern, man... werden vor der Runde schon ein ganzes Propan hinpacken müssen. Ja, das gibt's nicht mehr. Ja, ja, wohin? Wohlen soll das Geschütz hin, Mann! Das ist immer so, dass ich gerade... Das ist immer so, dass ich gerade... Wir müssen alle mit LMG raufhalten. Das ist immer so, dass ich gerade... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wieso wollt ihr auf der Fahne erst mal? Ah, da, okay. Hier. Ich leise nicht. Jaja, okay. Leute, kommt her. Wir wollten hier mal Geschichten schreien. Schicht, so, mach. Ich brauche Rückendeckung! Stopp, hier unten! Geist muss ich auf die Treppe rauf. ... Geschützt aktiv! Geschützt aktiv! Spezialreaktion! Bewege die Reifen im Ohr! Freunde greifen wir morgen! Bewege die Reifen! 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 Wege die Reifen! Wege! Reifen! Ein B shell! Bewege die Reifen! Wege, sie werden nur noch! Verwege die Reifen! 1 1 1 Rino passt auf Das war's. sie er hat auch mal ein Ballistik aus Scheiße, ich hab, ey, Scheiße, ich hab den Dings geworfen, fuck. Mit Fallen. Faze, ich hab, keinen Ton. Krass, du bist her. Ich gucke euch, ich gucke euch mal. Ich ruhe die Handzei. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? ich habe einen neuen 2 zu verletzten ja, ich habe einen 2 zu verletzten die generieren mich aber auch voll langsam so dann hast du da schon gefällt, hast du da schon ein bisschen mitgefallen? weil jetzt geht es auch nicht so glaube ich dritte oder vier stehe ich mal das meinte, wenn ich in einer Runde gemacht habe, war nicht mehr so da kommen wir bis jetzt zu formen nein, ich habe noch nicht angeboten, ich habe mein Schiff geholt und dahingestellt ran an den Bohrer und dann weiter Spezialmunition bereit gibt's hier irgendwo eine geile Waffe hey, boah der schützt aktiv ja so vor Jahren sagt, wenn du gleich anbaust, dann haue ich noch mal den Nachladbooster für eine Minute, also der dauert eine Minute für eine Nachladbooster, weil ich habe einen voll, voll upgraded, mein Vater jo, ich habe schon drei auf Maxi, ich habe Muni auf Maxi, Booster auf Maxi und Ding auf Maxi und Ding auf Maxi und Ding auf Maxi und Ding auf Maxi, okay, lecker Lachen wo komm dann da die 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 Okay. ja mein geschützt ist da und mann auch Geld hab ich schon geworfen sieg da 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 jetzt wird er ganz nach hinten hin mann jetzt kritisch kommt mit vor allem vorletzt wurden müssen er hat er vorletzt die aber sie brauchen zu tun ich kann leider nach ein Scherlachland auf und ich hab zu wenig Geld gratis klar ich habe dann die Grunde er macht mal eine Ballistikweste und wenn es okay ist und kommt Sitz in Panzerung! Danke. So. Streich ein, oder? Kannst einstechen. Ja. Gehört. Ist zu vorreichend! Ich mache rückwärts! Ich bin bei der Tür hinterher nicht! Da! Gehört! Das ist eine Hier! Ich bin nicht mehr! Die Nase! Die Nase! Die Nase! Das ist alles! Die Nase! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hole ihn, ich hole ihn Ich hole ihn, 판, ich hole ihn Was ist das? 4 wir geschafft war ein Schützungsstück tut egal mit der Fäden geworden Leute seit dem bereicherte Teamarbeit ich bin können wir es auch wenn die Euro wir schaffen da ab bei uns gleich die aber in Arbeit älter morgen den Start und einsticht ich habe an den Scherlern an der Buster aus und Du bist der Instinktum. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ich hab noch einen Goldstab. Ja, ich schaffe uns jetzt mal besser. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ich bin bereit er wie ist das mit den Relikten ich muss nur noch für Prestige haben ok wir müssen den Stand zu viert aussehen bevor wir auslösen wollen wir nochmal Instinkte und Dings raus und dann auf dem Weg dazu ein... ey habt ihr genug Geld um die schütze ich nicht ich hab genug Geld ich schaff noch kein Geschäft ok wir müssen zum... warte wir gehen kurz den Fluchtweg warte wir proben kurz den Fluchtweg nein nein was willst du proben du musst einfach nur zurücklaufen alter das ist doch nicht fair na wir müssen aber stehen bleiben und die Rhinos umbringen man warte warte nein noch nicht ich drücke jetzt ok jetzt 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 Renn weiter Brudi Renn weiter Brudi hier auf hier auf hier auf steckt mit Rhin wir müssen die Rhinos umbringen sonst geht die Tür nicht auf man hier Можно hier noch ure � denn hier los hey beleg mich mal schnell 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 rennt nicht durch beleg nicht schnell Boah, ich brauch wilde Instinkte, das ist gar nicht schneller Oh, wir müssen die Rhinos umbringen, dann geht das auf, versteht ihr es mir nicht? Nein, Mann, das ist nicht schön, es dauert nur ein bisschen, ich muss mich direkt auf, wenn ich auch nicht Beleb mich mal schnell Krass, schlecht Ich hätte doch lieber so nicht viel vereinfachen müssen Na, toll, Mann Probier mich zu beleben, Mann, dann belebe ich den anderen Wir haben nicht geschafft Bist du einfach durchgelaufen, du Bitsch Nein, Mann, die Drehung fahre schon weg Wir sind doch Wir sind doch